So, wir sind wieder angekommen in Brewski. Auf dem Weg zurück nach Carrick. Erstmal zeige ich jetzt gleich, nein, das ist die Brücke unter der wir durch wollen. Man hat uns gesagt, es passt. Genau. Auf dem Hinweg hat es auch gepasst. Müsste eigentlich okay sein, was auch immer das heißt. Rechts jedenfalls ist ein ziemlich cooler Pub. Mit richtig guter Musik abends. Da würden wir auch immer wieder hinkommen. Und jetzt konzentrieren wir uns mal kurz auf die Brücke. Oh, ist noch echt weit weg hier. Hier könnten wir tanken, wenn wir wollen. Eigentlich wollen wir ja nur einen Pub, nein. Nur ab hier von Guinness. Genau. Wir schauen hier nochmal schnell auf die Tafel. Wobei jetzt wäre es eh zu spät. Na ja, 2.90. Wir schauen mal. Also wenn es passt, jedenfalls ohne Köpfe. Genau. Ready to duck. So. Be ready to duck. Also ich ducke schon mal. Der Käpt'n bleibt erst irgendwie bis zuletzt tapfer stehen. Ja. Genau. Ja. Ja. Ungefähr so dicht sind wir dran. Aber. We survived. Und die Brücke steht übrigens auch noch. Beweis. Ja. Ja.